Kaka Bhushanda Asana ist die Asana der Kreha Bhushanda. Diese ist erwähnt im Yoga Vasishtha. Raffaella zeigt, wie es geht. Ausgangsposition ist die Sitzhaltung. Komme von hier aus in die hockende Stellung. Gib die Füße zusammen und die Knie auseinander. Gib dann die Oberarme vor den Schienbeinen entlang und verhake die Finger hinter dem Rücken. Sitze dabei so gerade wie möglich. Wenn du kannst, gib sogar die Fußsohlen auf den Boden und schaue dann zum Punkt zwischen den Augenbrauen. Diese Stellung wird auch genannt Malasana, die Stellung der Girlande und wird auch manchmal bezeichnet als die Stellung des goldenen Gürtels. Schnellung des Gürtels. Untertitelung des ZDF, 2020